Liebe Bundesregierung, liebe Finanzagentur GmbH, wenn Sie über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung reden, dann glaube ich, dass Sie da erst einmal im Fremdwörterbuch nachschauen müssen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Denn als ich gestern an einem Samstag nach einer anstrengenden Montagewoche nach Hause gekommen bin, fand ich gleich vier Briefe von dem Freistaat Thüringen, also von der Finanzagentur GmbH, in meinem Briefkasten vor. Leider kann ich mir nicht erklären, wie man das mit Ressourcenschonung und Umweltschutz vereinen kann. Und zusätzlich möchte ich noch sagen, Digitalisierung wird schwierig in dem einzigsten Land der Welt, in dem es noch Funklöcher gibt. Und das ist noch nicht so, wie man das mit Ressourcenschonung gibt.